so dealer zack 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 und damit willkommen zu einer runde bellwars ja ihr seht jetzt hier was ich mache ich weiß nicht warum der packt aber packt man nicht egal der shop steht ja hier was ich jetzt mache ist einfach mich hierhin stellen und zwar habe ich mich mit einem zweite count dealer mit i und r genannt das war das original naheste was ich finden konnte an namen habe mir den dealer skin von rewi das plugin reingepackt und jetzt erst mal drauf hoffen dass die alle nicht ein pack haben wo der dealer geändert wurde sind hier gerade in der sicht des dealers der rote baut sich jetzt zu uns ich hoffe einfach dass es klappt bitte lol er sieht mich nicht einfach nein so neuer versuch neues glück ich darf ja gar nicht das boss nehmen ich muss mich jetzt einfach hier hinstellen ich bin der dealer leute ich bin der dealer ich bin der dealer und ich kann jetzt nicht sehen was hier passiert kommt schon bitte nein er hat es gemerkt so position mit gehalten besser schaffe ich es nicht oh gott bridge fresh elf was los hier er sieht mich nicht nein er hat mich gesehen bitte 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 er sieht es nicht er sieht es nicht er sieht es nicht jetzt ernsthaft er sieht es nicht das muss doch klappen das ist doch so geil was kommt never als ob das klappt was was komm bitte klappt doch bitte mein bett wird zerstört ok komm wir haben es wir haben es wir haben es ja wir haben es leute wir haben es geschafft er wurde so gerollt er hat sich zu mir gebärt junge was passiert jetzt komm komm bitte er ist bei meinem bett ok er hat mein bett jetzt bitte 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 er sieht mich nicht er sieht mich nicht denn attitude nicht er hat es ist mich wieder er hat in mir eingekauft und ob er hatte mir eingekauft gerade es siebt mich nicht kommt jetzt schnell 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 motor sich wiedergeben das zu schnellste gewesen bla bla bla, keine Ahnung, bitte jetzt, ich möchte es einfach nochmal schaffen ja, und dann die Runde gewinnen, das wäre einfach legendär oh mein Gott bitte bitte, ja wir haben ihn perfekt, okay, wir haben den sowas von gerollt wieder, oh mein Gott so, Rot hat noch ein Bett und zu dem gehen wir jetzt auch und Leute, ich bin so hyped jetzt, wirklich, ich bin so hyped wenn wir das gewinnen sollten, dann bin ich so froh über dieses Videos, macht jetzt schon einfach so heftig Bock, beim schneiden darf ich wahrscheinlich auch einen halben Lachflash kriegen wieder und ist einfach geil ich freue mich da jetzt schon riesig drauf das hochzuladen und eure Reaktion einfach zu sehen, schreibt mir mal in die Kommentare und like das Video, wer ihr es fandet, oder like das Video wenn ihr es überhaupt gut fandet, kann ja auch sein, dass ihr es fandet, können wir alles mitteilen okay Leute, er baut sich zur Mitte, und da habe ich null Bock drauf weshalb ich jetzt einfach mich auch zur Mitte baue und mal schauen, was die Zukunft so bringt in dieser Runde okay, er ist jetzt in der Mitte er hat Gold gesaved also wird er mich jetzt boospammen, ja, das bedeutet ich muss jetzt taktisch vorgehen er hat er hat noch ein Bett ich habe ihn, nice so Leute, jetzt haben wir es glaube ich geschafft ich gehe jetzt nochmal zu ihm und das Gute ist er hat jetzt kein Gold mehr bedeutet, ich kann es nochmal einsammeln und dann auf ihn rushen ich habe halt kein Bett deswegen muss ich jetzt sehr, sehr vorsichtig sein und ab zu ihm oh mein Gott yummy was soll man sagen er baut sich hoch deswegen baut sich bei mich ihn jetzt hoffentlich treffe ich wenn nicht, bin ich ein Lappen ohne Gold oder ich liebe ohne hochstacken oder ich liebe mein Freund vor allem er hat sich zur Mitte gebaut und sagt ohne Gold perfekt okay Leute, das haben wir auf jeden Fall gleich ich muss mich nochmal hochstacken ich meine ich würde auch so nicht mit Gold spielen aber wenn er sich hochstackt habe ich auch keinen Bock mich jetzt hier 5 Stacks lang hochzustacken mit ihm oder gegen ihn ehrlich gesagt und deshalb stacke ich mich jetzt hoch und Bo-Spam ihn nur so zu eurer Info ach, er ist runtergesprungen GG ich würde einfach sagen das war es mit der Runde ich habe es euch gefallen wenn ja, dann lass natürlich ein Like da und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal haut rein macht die Challenge auch sie macht unglaublich viel Spaß bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.